Hallo, ich bin Deborah Jo Immergut. Ja, immer gut, genau wie es klingt. Und mein Roman ist Die Gefangenen. Es wurde gerade in Deutschland veröffentlicht von Penguin Verlag und darüber bin ich sehr, sehr froh. Sie können hören, dass ich ein bisschen Deutsch spreche. Ich habe einige Jahren in Berlin gewohnt, aber das war voll lange her und jetzt ist mein Deutsch ein bisschen wackelig. Also dann soll ich auf Englisch ein paar Sätze von die Gefangenen jetzt lesen und die sind die erste Sätze in der erste Kapitel. Jetzt geht's los. Was happened to me is universal, and I can prove it. Think back on the people you knew in high school. Now, zero in on that one person, the one who starred in your daydreams, the one who, when you glimpsed him or her down the corridor, set off that pre-homo sapien sensation, that brainstem jolt of pure adrenaline. The crush, in other words. See that person walk towards you now, approaching along the noisy, crowded hallway, towards you, towards you, and by you. The hair, the stride, the smile. Your pulse has just heightened a bit, right? That shows you the power. You're picturing a kid. This is years later, and you're picturing some gawky, school-bound kid. And yet the image of this kid in your mind's eye can still vibrate your cerebral cortex, disturb your breathing pattern. So you see, there's something involuntary at work in these situations. Okay, I hope you will read on, and I hope you'll enjoy. Thanks so much. Mach's gut. Tschüss.